Oh je, letztes Mal war ja nicht so gut. Und hat er es ja irgendwie zerrupft und jetzt bin ich wieder hier am Spawnpunkt und ich habe schon da gar keinen Bock, weil es ist Nacht und wahrscheinlich kommt gleich unten ein Vieh an und macht uns Messer. Unabhängig davon weiß ich gerade gar nicht, wie ich hier runterkomme, ohne mir die Beine zu brechen. Mann ey, das ist, ja, Autsch. Ich wollte eigentlich, woher ist hier eigentlich rum? Ich muss eigentlich zu der Bude. Ich muss zu unserem Haus und mich da schnell verkriechen. Ja. Und ich habe schon hinter mir irgendwie Zeug. Und ich habe gerade die Orientierung verloren. Oh nein. Ah, warte mal, das ist unser Spawnpunkt. Das ist schon mal gut. Gibt es hier eigentlich auch im Wasser komische Kreaturen, die einen nachts angreifen? Das würde mich schon mal interessieren. Ich glaube, dass es vielleicht um ein Vieh rausgesprungen kommt und dann, ähm, ja. Ja. Aber vielleicht sind wir im Wasser auch relativ sicher. Das wäre natürlich nicht schlecht. Aber irgendwie habe ich gerade so das Problem. Ähm, ich glaube, ich verschwimme mich gerade. Nein, das ist nicht mehr unsere Ecke. Das ist nicht gut. Also wieder zurück. Na, das wird lustig. Gott, doch, Gott. Ah, der Schaf blögt im Hintergrund. Blöck, blöck. Okay, so, dann müssen wir mal hier hochgucken. Ich glaube, wir haben uns gerade hier völlig... Ah, Herr Franz und da drüben stehen sie alle. Gott, bloß weg hier. Okay, also wie ich merke, wird das wieder Spaß mit Freunden. Und, ähm, vielleicht... Ich würde ja gerne in die Kiste da mal reingucken, aber... Oh nein. Oh, Fische. Das ist gut. Verfolgt er uns jetzt? Das wäre natürlich nicht gut. Aber interessanterweise scheinen wir im Wasser relativ sicher zu sein. Ähm... Autsch! Ja, was ist das denn? Wo kommt... Der war gut, ne? Wir scheinen im Wasser relativ sicher zu sein. Oh nein, ich werde zu sau. Das, ähm... Ähm... Nochmal. Ja, schaffen wir es ja noch. Oh! Da hinten wurde es aber hell. Das ist gut. Das heißt, ähm... Wir haben sogar eine Chance hier, um wie heil rauszukommen. Okay, das ist jetzt aber... Nun möchte ich gerne, dass dann doch mal um wie der Weg zu unserem Haus angetreten wird. Und... Oh nein. Autsch! Das ist ja fürchterlich. Äh... Okay, wir müssen... Das ist nicht gut. Da ist schon wieder Zeug. Ja, man... Man merkt, wir haben hier doch einen etwas erhöhten Schwierigkeitsgrad und ich glaube, ähm... Sind wir hier auf der anderen Seite und... Was ist denn das da hinten? Eine kleine Insel? Wenn man sich natürlich hier drauf was bauen könnte, wäre natürlich nicht schlecht. Dann hätte man sogar ein bisschen seine Ruhe, aber ähm... Ja, nicht... Okay, jetzt müssen wir erstmal irgendwie raus und hoch hier. Und hüpfen und hüpfen und hüpfen. So, zack, 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 zack... Genau. Hallo? Oh, da hinten fackelt jemand. Naja, nicht sein Tag heute. Hm... Ich würde ja gerne zu unserem Haus... Ja... Ach... Irgendwie habe ich gerade das Gefühl... Ah, hier waren wir schon mal. Hä, warum finde ich unser Haus nicht mehr? Also, mein Haus. Weil ich gehört das ja nicht. Oh nein... Leute, das geht nicht gut aus hier. Das ähm... Wir laufen mal auf der anderen Seite. Habe ich mich jetzt hier so verdreht? Ich glaube, das ist mir noch nie passiert. Hier war es auf jeden Fall auch. Das kann doch nicht sein. Ist mir sowas schon mal passiert? Dass ich mich so verfranzt habe? Genau, hier haben wir ähm... Wollen wir das hier? Ich weiß das gar nicht mehr. Ach... Aber hier sind wir doch richtig. Genau, hier gibt es ganz viel... Stein. Oder war das hier lang? Die Landschaft würde ich erst später angucken. Nicht jetzt. Komm, hoch hier. Äh... Hä, wie kann man sich so verlaufen? Das geht doch gar nicht. Ne doch, in Minecraft. Äh... Okay, ähm... Anderes Ding, was wir auf jeden Fall machen müssen. Bett bauen. Beziehungsweise... Hatte ich euch schon mal gesagt, oder? Hatte ich das schon mal gesagt? Ich glaube, ja. Man kann natürlich auch wahlweise... den Weg zwischen Spawnpunkt und unserem Domizil mit Fackeln oder irgendwie sowas, ähm... Dingsen, damit wir... den Weg zurückfinden. Also... Ja... Na, wisst schon, was ich meine. Das ist doch aber nicht zu fassen. Wie geht denn sowas? Ich meine, hier gibt es überall schöne Ecken, aber das bringt mich gerade nicht weiter. Oh, oh! So... Okay, ich glaube, wir haben uns verirrt. Ähm, jetzt gibt es die Möglichkeit, dass wir uns irgendwo in den Tod stürzen und dann wieder... Ich wollte ein bisschen was bauen eigentlich. Aber ich glaube, das wollte nichts. Äh, das ist mir wirklich schon nie passiert. Muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich mich hier so, ähm... Verhaspel... Auf einer Minecraft-Map verlaufen. Gott, oh Gott! Also... Hier passieren Dinge, ehrlich. Ne, ich habe die Faxen dick, ehrlich, Leute. Äh... Passt auf. Schluss. So... Ja, tut mir ja leid, ehrlich, aber... Ich sehe keinen Ausweg mehr. Ich muss ein Ende haben. Ja. Ja. Na komm. Wahrscheinlich hat mich die meisten gerade für bekloppt. Was macht er hier eigentlich? Aber... Man kann doch nicht alles haben, ne? Ähm... Nun ist natürlich eine große Frage... Wir sind immer hier am... Rand lang laufen, glaube ich. Eigentlich waren ja hier irgendwo die ganzen, ähm... Dinger hier. Also hier die ganzen Steine und... Äh... Äh... Ne, das ist das auch... Oder war das quer durch? Ich... Ich habe keinen Bock alles normal neu bauen zu müssen, ehrlich gesagt. Aber ich habe gerade so das Gefühl... Dass wir wohl nicht drum herum kommen... Ich bin eigentlich in der Kiste, da haben wir gar nicht geguckt. Bla, bla, bla... Apfel, Brot... Das, das... Ist gut. Aber das nehmen wir nicht mit. Eil dieweil... Ich... Wenn wir hier irgendwo absaufen oder was weiß ich, dann ist das Zeug nämlich weg. Und das möchte ich nicht. Hmm... Boah, das ist mir gerade hochgradig peinlich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Na, jetzt mal. Wo ist unser Haus? Oh, das sieht gut aus. Die ganzen Blümchen sind herrlich. Das bringt mich gerade auch nicht weiter. Ich glaube, das war aber auch irgendwie in die Richtung hier hinten. Hmm... Na, egal. Wer war denn schon jetzt auf dem Weihnachtsmarkt? Ich war schon und das war schön. Ähm... Ich hoffe, ihr habt auch schon alle eure Weihnachtsgeschenke zusammen. Ich glaube, die Sonne geht bald unter. Also, ich laufe jetzt hier knallhart einfach den Weg lang. Weil ich glaube, anders wird es nichts. Ich bin... Ich bin nämlich wirklich der Meinung, dass wir uns hier auch... Aber... Haben wir uns hier lang gehangelt? Oh... Das Ding ist, dass es wieder dunkel wird. Und ähm... Ich habe einfach mein Haus nicht gefunden. Ich bin auch nicht... Ich bin auch eigentlich der Meinung, dass ich hier nicht richtig bin. Er hat sich die Map... Ne, die Map ändert sich eigentlich nicht. Ne, ich bin einfach gerade zu glatt. Das ist so das Problem an der Sache. Okay, Leute. Aber von jammern wird die Welt dann nicht besser. Wir müssen ja irgendwie was tun. Aber was? Ähm... Einzige, was wir machen können, dass wir einfach straff hier quer durchlaufen. In der Hoffnung, dass es wahrscheinlich eh nicht klappt. Wenn es hier gar nichts wird, dann werde ich wohl... Auf die Suche gehen und das aber nicht aufnehmen. Genau. Und wenn ich dann wieder da bin, wo ich eigentlich hin wollte, ähm... Dann mache ich dann da die Aufnahme weiter. So mein Plan. Oh... Der Hund bellt. Super. Hm... Na Leute, das tut mir fürchterlich leid. Oh Gott. Oh Gott. Ah, das kille hat doch noch die Nase. Wunderbar. Ah... Ähm... Okay. Dann mache ich dem jetzt hier ein Ende. Ich werde mich hier mit Farbschienen. Werde nochmal auf Suche gehen. Und wenn ich was habe, geht es dann da vor Ort weiter. Also hoffentlich am Haus. Ich entschuldige mich für diese... Äh... Laufaktion. Ach, was soll's. Egal, ihr wisst was ich meine. Ich wünsche euch noch alles Gute und wir sehen uns dann bald wieder. Ja, bis denn. Euer Dark von Galaxy.